Wenn das Brot nach dem Backen nicht richtig glänzt, dann liegt es meistens daran, dass es zu wenig Dampf im Ofen war. Es muss richtig viel Dampf am Anfang in den Ofen, dann beginnt das Brot auch im Laufe des Backens zu glänzen. Wenn es das trotzdem nicht tut, dann liegt der Fehler schon vor dem Backen, dann ist der Teigling irgendwann einmal trocken geworden an der Oberfläche und sobald er einmal ein bisschen antrocknet, dann gibt es keinen Glanz mehr. Kann man tun, was man möchte. Was zu mehr Glanz verhilft ist, wenn der Teigling vor dem Backen einmal eingesprüht wird mit Wasser und auch nach dem Backen. Wenn viel Mehl auf dem Teigling ist, dann würde ich davon eher abraten, weil das eine sehr speckige Oberfläche gibt. Aber wenn fast kein Mehl auf der Oberfläche ist, bei Brötchen zum Beispiel macht sich das gut, dann einmal kräftig einsprühen mit Wasser in den Ofen, dampfen und nach dem Backen direkt, wenn es aus dem Ofen kommt, nochmal kräftig absprühen. Dann gibt es einen wunderschönen Glanz.